Was geht ab Leute, euer Frapsys hier und zwar heute mit einem neuen Video und zwar wollte ich euch heute hier in diesem Video darüber informieren, dass ich jetzt eine neue Funktion auf YouTube habe. Diese Information ist wirklich nur freiwillig, Freunde, und ich möchte euch wirklich nicht dazu drängen, dass ihr das Ganze macht oder so, nur dass ihr Bescheid wisst, das ist wirklich nur ein Informationsvideo und das Ganze hat natürlich mit Livestreams zu tun und ich wollte euch jetzt mal zeigen, wie das Ganze funktioniert und einfach mal noch euch ganz kurz erklären, was das Ganze denn ist. So, und zwar, Freunde, nennt sich die neue Funktion VIP, denn jetzt kann man VIP werden auf meinem YouTube-Kanal. Der eine oder andere weiß wahrscheinlich bereits, was die ganze VIP-Funktion ist, aber ich wollte das Ganze euch nochmal in einem separaten Video erklären. Natürlich ist niemand dazu verpflichtet, VIP zu werden, nochmal ganz ausdrücklich muss ich das erwähnen, nicht, dass ihr jetzt denkt, dass ich das mit Absicht mache, das ist wirklich nur ein Informationsvideo, weil die Funktion jetzt neu in Deutschland zugelassen wurde, ein paar größere YouTuber hatten das Ganze bereits schon und ja, jetzt hat es eigentlich ganz Deutschland und man kann es eigentlich jetzt komplett nutzen. So, das Ganze sieht wie folgt aus, Freunde, wenn ihr jetzt auf meinem Livestream seid oder auf meiner Livestream-Seite, dann könnt ihr jetzt hier sehen, dass ich zum Beispiel am 21. September um 19 Uhr streamen werde. Also heute werde ich streamen und da könnt ihr auch mal gerne vorbeischauen. In dem Stream um 19 Uhr wird das Ganze gestreamt und zwar alle geheime Fahrzeuge werden dort gestreamt. Den Livestream-Link habe ich euch nochmal unten in die Videobeschreibung gepackt. Dort könnt ihr ja mal gerne vorbeischauen und dort auch die Erinnerung aktivieren, damit ihr nichts verpasst. Und da werde ich euch alle Fahrzeuge, die noch geheim sind, vorstellen. Ich werde das Ganze streamen. Ich denke mal, dass es auf jeden Fall cool wird. Da könnt ihr mir auch einen Daumen da lassen und abonnieren auf jeden Fall nicht vergessen. Und dann sieht das Ganze wie folgt aus. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, wie ihr an diese VIP-Funktion rankommt. Wenn ihr jetzt meine Livestream-Beschreibung öffnet, Freunde, dann seht ihr hier ganz oben VIP werden. Entweder geht ihr jetzt hier auf den Link und öffnet dann dort die Seite, wo man VIP werden kann oder ihr geht von hier oben auf YouTube Gaming und drückt hier auf die VIP-Taste. Ich würde euch empfehlen, geht einfach über meinen Link rein, da kommt ihr nämlich immer drauf. Und wenn ihr dann auf diesen Link drauf geht, Freunde, öffnet sich eine neue Seite. Und dann kommen wir auf meine YouTube Gaming-Seite. Viele von euch sollten die YouTube Gaming-Seite bereits kennen. Falls nicht, könnt ihr ja mal gerne vorbeischauen. Und zwar sieht das Ganze jetzt wie folgt aus, Freunde. Wenn ihr jetzt auf meinem Profil hier seid, könnt ihr hier rechts eine Funktion sehen und zwar VIP werden. Ihr dürft mir hier auch natürlich folgen. Wenn ihr YouTube Gaming habt, dann habt ihr hier einen Haken. Und jedes Mal, wenn ich streamen, bekommt ihr eine Benachrichtigung. So, jetzt sieht das Ganze nämlich wie folgt aus. Wenn ihr jetzt hier auf VIP werden geht, Freunde, dann kommt hier dieser Bildschirm. Dort könnt ihr für 5 Euro im Monat VIP werden. Ich muss auf jeden Fall nochmal erwähnen, Freunde, dass ihr das Ganze natürlich abbrechen könnt. Ihr müsst nicht jeden Monat 5 Euro zahlen. Ihr könnt auch zum Beispiel nur einen Monat VIP sein und euch das anschauen und dann beim zweiten Monat das Ganze abbrechen. Das ist auf jeden Fall gar kein Thema. Und das Ganze ist jetzt so, Freunde. Ihr unterstützt mich natürlich damit, wenn ihr jetzt VIP seid. Dann ist es noch so, Freunde, ihr habt auf jeden Fall ein exklusives Logo. Werde ich euch aber auch noch gleich erklären. Und ihr habt einfach krasse Features. Und viele Gewinnspiele werden auch nur über VIP möglich sein. Aber dazu werde ich noch in Zukunft kommen. Und das Ganze sieht wie folgt aus. Sagen wir mal, wir wollen jetzt VIP werden. Als erstes werden wir mal VIP und dann zeige ich euch mal die kompletten Funktionen. Wenn ihr VIP werden wollt, dann geht ihr hier erstmal dahin, drückt auf VIP werden. Dann öffnet sich noch eine zweite Seite. Diese werde ich natürlich zensieren, da man jetzt dort meine Daten und so weiter erkennen kann. Aber dort könnt ihr jetzt auswählen, ob ihr mit PayPal oder mit Kreditkarte oder mit Google Play Guthaben bezahlen möchtet. Jetzt sehe ich in meinem Fall, wähle mein PayPal Konto aus und gehe auf Kaufen. Nachdem ihr auf Kaufen gegangen seid, wird sich natürlich noch eine extra Seite öffnen, wo ihr halt auf PayPal seid. Und dann bezahlt ihr das Ganze. Wenn ihr euch bei PayPal angemeldet habt und so weiter, alles erfolgreich durchgeführt habt, dann, Freunde, kommt ihr auf die Seite. Du bist großartig, vielen Dank für deine Unterstützung. Geschafft, neuer VIP von Fraps. So, jetzt seid ihr VIP-Freunde und dann seid ihr auf jeden Fall in der Fraps-Gang. Jetzt erzähle ich euch mal, was ihr alles damit machen könnt. Ihr könnt sehen, wir sind VIP und jetzt zeige ich euch einfach mal, was ihr alles machen könnt. Jetzt können wir sehen, ich sehe natürlich bzw. immer, wenn ihr VIP werdet, wird es auch immer im Livestream angezeigt. Und alle VIPs werden natürlich gegrüßt und namentlich nochmal angezeigt und erwähnt. Jetzt, Freunde, können wir sehen, dass sich hier etwas geändert hat. Also nicht wundern, ich bin jetzt mit dem zweiten Account von mir, Moderator, aber das spielt jetzt keine Rolle. Ihr könnt sehen, dass ich hier so ein kleines Logo habe. Viele werden sich jetzt fragen, was ist das? Und zwar ist das neue VIP-Logo. Und zwar bekommt ihr, wenn ihr VIP werdet, das Ehrenmann-Profilbild. Und wenn ihr dann was reinschreibt, zum Beispiel wie Hi, dann habt ihr ein kleines Fraps-Army-Logo hier. Und das ist das Ehrenmann-Logo. Viele von euch sollten das ja auch schon kennen. Und das ganze Logo habt ihr hier. Und automatisch alle Leute im Chat erkennen, dass ihr VIP seid. Das heißt, dass ihr einfach zu dem Ganzen gehört. Wisst ihr, wie ich meine? Ihr seid einfach ein Ehrenmann. Das sehen die ganzen Leute dann. Und dann kann ich nochmal zum Beispiel ich, also nur ich, in meinem Stream zum Beispiel auch hier einstellen, dass nur VIPs im Chat schreiben können. Wenn wir natürlich genug VIPs haben, dann wird es auch mal so sein, dass im Stream nur die VIPs schreiben dürfen. Also die normalen Nutzer dürfen dann nicht schreiben. Natürlich werde ich die normalen Nutzer nicht vernachlässigen. Ich werde die ganze VIP-Funktion nur so für 20 Minuten anhaben. So, dass einfach der Chat ein bisschen übersichtlicher ist. Und jeder VIP wird immer in eine private FL aufgenommen. Auf dem Playstation-Account von mir. Also ihr kommt immer in eine Freundesliste. Ihr dürft dann auch in Live-Streams immer mitzocken. Ihr könnt auch immer nachjoinen. Und auf jeden Fall werde ich ein mega krasse Gewinnspiel auch da veranstalten. Ich werde viele, viele krasse Sachen machen. Es werden auch Gewinnspiele geben, wo nur VIPs gewinnen können. Aber natürlich werde ich immer noch die normalen Leute nicht vernachlässigen. Das ist nur eine extra Funktion. Und natürlich seid ihr einfach, das ist wie so ein Statussymbol im Livestream. Ihr seid einfach irgendwie, man sieht, dass ihr halt VIP seid. Wisst ihr, wie ich meine? Und man achtet halt mehr drauf. Und sagen wir mal, ihr habt jetzt keinen Bock mehr bei mir VIP zu sein. Dann geht ihr wieder auf YouTube Gaming, geht auf VIP-Status verwalten. Und dann geht ihr hier hin und geht auf Zahlung beenden. Nachdem ihr auf Zahlung beenden gegangen seid, dann, Freunde, wird im nächsten Monat kein Geld mehr abgebucht. Also keine Sorge. Ihr könnt das Ganze halt einfach so machen, wie ihr wollt. Ihr habt ja gesehen, ich habe das jetzt sofort abgebrochen. Aber ich bin halt immer noch VIP. Man ist insgesamt für 30 Tage VIP. Und ich denke mal, das ist ganz okay. Und ja, Freunde, mehr braucht man eigentlich dazu nicht zu sagen. Die VIP-Funktion ist schlicht und einfach cool, meiner Meinung nach. Finde ich auf jeden Fall mega. Und jeder von euch darf, beziehungsweise kann, wenn er möchte, auch VIP werden. In meinem Livestream, wenn ich den dann starte heute um 19 Uhr, könnt ihr gerne VIP werden. Und ja, das Ganze wollte ich euch informieren. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das war jetzt ein bisschen längeres Video. Aber, Freunde, ich wollte euch, wie gesagt, nur informieren, dass ich jetzt auch diese Funktion habe. Und dann würde ich mich jetzt mal von euch verabschieden. Und wünsche euch auf jeden Fall noch einen richtig freshen Tag. Und ich hoffe, dass wir auf jeden Fall ein paar neue VIPs dazu bekommen werden. Und dann würde ich mich jetzt mal verabschieden und wünsche euch auf jeden Fall noch einen richtig freshen Tag. Also dann, Leute, haut rein. Geht ihr mit dem Flow. Euer Frips. Ciao.